Hallo Leute, jetzt mache ich noch ein Event und zwar ich habe hier drei Boxen aufgestellt. In diesen drei Boxen, wie ihr seht, habe ich Waffen hin platziert. Hier auch nochmal. Und hier auch nochmal. Jetzt suche ich mir... Drei Leute. So, wir suchen jetzt mal. Also, das sind die drei Magic Boxen mit Waffen. So, wir suchen jetzt mal. Hm, meldet sich keiner. Die wissen gar nicht, was denen geht. So, laden wir ein, einladen, einladen. So, der erste. Dann. So, da kommen zwei, haben wir schon. Was ist los, Bee? Deine Moves sind erbärmlich. Wuhu, sieh dir das an! Oh, großartig. Du hast einen Freund mitgebracht. Über das Außenposten-Konsolen-Menü kannst du Besuchern Bau- und Ernteerlaubnis erteilen. Dann mal los. Und jetzt... So, hier haben wir jetzt noch einen. So. So, drei Freiliege. Der eine connected noch. So, warten wir noch einen kleinen Moment. Okay. Okay. So. 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 So.